Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Channel von Delta Mike Heavy. In diesem Video soll es mal um ein Thema gehen, was wirklich viele Leute interessiert und zwar geht es um die Theorieprüfung und die damit verbundenen Hilfsmittel, die man in der Theorieprüfung benutzen darf. Und davon gibt es so einige und diese möchte ich euch mal vorstellen und unbedingt ans Herz legen. Fangen wir an mit dem sogenannten Navigation Plotter. Der Navigation Plotter ist einfach nur ein kleines Lineal sozusagen. Allerdings sind die Skalen schon aufgezeichnet und das passend zum Maßstab der jeweiligen Karte, denn wir wissen ja alle, die ICAO-Karten haben den Maßstab von 1 zu 500.000. Das heißt, wenn wir das alles mit einem Lineal messen würden, müssten wir das erst in den passenden Maßstab umrechnen. Also ein Zentimeter beträgt 5 Kilometer und da kann es schon mal schnell zu Rechenfehlern kommen. Deswegen kann ich euch diesen Navigation Plotter wirklich nur ans Herz legen, denn man kann ihn auch für andere Karten noch nutzen und zwar mit dem Maßstab 1 zu 1 Million oder mit dem Maßstab 1 zu 250.000. Das heißt, mit diesem Ding ist man eigentlich ziemlich gut gewappnet. Das Coole daran, hier hinten habt ihr noch eine schöne Kompassrose dran, das heißt, dieses Teil ist gleichzeitig auch geeignet dafür, den Kurs aus der Karte abzulesen. Kommen wir zum Hilfsmittel Nummer 2 und das ist für mich eigentlich der absolute Game Changer für die Theorieprüfung und zwar ist es der sogenannte Drehmeier oder auch Flight Computer. Dieses Ding hat es wirklich in sich, denn die meisten Schüler haben wirklich Schiss davor, in der Prüfung ein Winddreieck zeichnen zu müssen und das zu verhauen. Das Geheimnis an dieser ganzen Sache ist aber, niemand hat gesagt, dass ihr ein Winddreieck zeichnen müsst. Das ist völliger Quatsch, denn letztendlich ist und bleibt es eine Multiple Choice Prüfung und einzig und allein das, was ihr am Ende auf dem Zettel ankreuzt, das zählt. Das Winddreieck, was ihr da malt eventuell, ist völlig egal, das will niemand sehen und es ist auch egal, wie ihr das konstruiert und ob ihr das richtig konstruiert, Hauptsache die Lösung passt nachher. Und deswegen empfehle ich euch diesen Drehmeier. Es gibt ein Video von mir, das könnt ihr euch gerne mal angucken, verlinke ich euch hier oben. Das ist so eine Art Step-by-Step-Guide, schaut euch das einfach mal an, denn das Coole an diesem Drehmeier ist tatsächlich, dass die Anleitung, um den Wind Correction Angle zu ermitteln, genau hier oben steht. Und zwar Step-by-Step. Und das Dingen solltet ihr unbedingt mit in die Prüfung nehmen, denn damit berechnet ihr den Wind Correction Angle innerhalb von, ich würde sagen, 30 Sekunden. Das nächste Hilfsmittel, das wirklich absolut obligatorisch ist, meiner Meinung nach, ist dieser Fliegertaschenkalender. Fast jeder kennt ihn und der ist Gold wert, ich sag's euch. Nehmen wir mal als Beispiel die Lichtzeichen. Ihr fliegt mit eurem UL einen Flugplatz an und plötzlich wird rotes Blinklicht auf euch gerichtet. Was bedeutet das? Fällt einem gar nicht mal so schnell ein, denke ich mal. Oder was bedeutet es denn, wenn das blinkende rote Licht auf euch gerichtet wird, wenn ihr am Boden seid? Wisst ihr es? Auswendig? Wenn ihr damit Probleme habt, euch das zu merken, dann nehmt diesen Fliegerkalender mit in die Prüfung und siehe da, schon auf Seite 2 werden alle Lichtzeichen für euch erklärt. Das heißt, ihr müsst einfach nur einen ganz kleinen Blick in diesen Fliegertaschenkalender werfen und schon habt ihr die Lösung nicht nur schwarz auf weiß, sondern sogar in Farbe vor euch liegen. Also das mit den Blinklichtern ist jetzt natürlich nicht das einzige Beispiel. Es gibt zum Beispiel auch hier in einem Kapitel die komplette Gafor-Tabelle mit allen Sichtminima, die dafür gelten. Oder einfach auch die gesamte Luftraumstruktur von Deutschland. Und zwar, das ist noch viel wichtiger, auf der nächsten Seite, inklusive aller notwendigen und einzuhaltenden Sichtminima und Wolkenabstände. Da habt ihr alles schwarz auf weiß stehen und davon gibt es ja auch etliche Fragen im Fragenkatalog. Deswegen wird euch dieses Schaubild natürlich auch weiterhelfen. Wichtig bei dem Fliegertaschenkalender ist, keine eigenen Notizen reinschreiben und auch keine Post-its hier reinkleben, denn der Fliegertaschenkalender muss sauber sein für die Prüfung. Das heißt, er muss im Prinzip so wie aus dem Laden vorliegen. Deswegen kann ich euch diesen Fliegertaschenkalender nur ans Herz legen und der sollte für euch wirklich obligatorisch in eurer Dokumententasche oder in eurer Pilotenbag rumliegen. Als nächstes, wichtiger als man denkt, ist ein schlichter Schmierzettel. Und zwar dafür, wenn ihr beispielsweise irgendwie so eine Art Schreibtischtest machen müsst. Schreibtischtest bedeutet, ihr baut euch irgendwas im Kopf zusammen. Beispielsweise die Frage lautet, ihr befindet euch im Querabflug und fliegt den Kurs von 1,50 Grad. Wo liegt die Piste? Und das könnt ihr euch dann einfach ganz kurz aufzeichnen und schon habt ihr im Prinzip euren Gedanken zeichnerisch unterstützt und könnt die Lösung ziemlich sicher ankreuzen. Wofür so ein kleiner Schmierzettel auch gut ist, ist tatsächlich, wenn ihr bei einer Frage so ein bisschen ins Stocken geratet und schon den ersten Gedanken irgendwo noch im Hinterkopf habt und denkt so, es könnte das oder das sein. Dann notiert ihr euch einfach die Frage, die euch ins Stocken gebracht hat und notiert euren ersten Gedanken dazu. Dann Frage nach hinten schieben, erstmal alles andere lösen und dann könnt ihr nachher auf euren Spickzettel gucken und denken so, ja, guck mal hier, das hier war doch mein erster Gedanke. Den nehme ich jetzt erstmal mit auf und versuche mal den aufzubauen bzw. weiter aufzubauen, um dann die korrekte Antwort herauszufinden. Vielleicht sogar nur im Ausschlussverfahren. Das Coole ist, auf der Rückseite dieses Zettels ist eine Kompassrose gedrückt und auch diese ist in der Prüfung erlaubt. Das heißt, ihr könnt eine Kompassrose mit in die Prüfung nehmen und dafür sind natürlich auch so ein paar Aufgaben prädestiniert, denn beispielsweise gibt es sowas wie die Überprüfung des Wind Correction Angle. Ihr fliegt jetzt zum Beispiel Nordkurs, sagen wir mal, und der Wind kommt von rechts und ihr wollt wissen, ob der Wind Correction Angle, den ihr euch ausgerechnet habt, irgendwie dazu passt. Und der muss dann natürlich so ein bisschen nach rechts zeigen und wenn das der Fall ist, dann ist alles gut. Also so eine Kompassrose ist immer mal ganz gut, um ein Blackout zu verhindern und vielleicht den ein oder anderen Schreibtischtest durchzuführen. Als nächstes gibt es leider das Problem, dass Smartphones natürlich nicht erlaubt sind. Das ist das große Problem. Das heißt, wenn ihr ein Smartphone dabei habt und ihr euch so denkt, so ach ja, die ganzen Berechnungen, die mache ich mal ganz easy im Smartphone. Ist nicht. Smartphones sind nicht erlaubt. Deswegen ist es für euch wichtig und entscheidend, dass ihr vielleicht sogar aus eurer Schulzeit, wie bei mir hier, so einen schönen Texas Instruments Taschenrechner oder einfach einen haushaltsüblichen Taschenrechner mitbringt. Denn mit so einem Taschenrechner ist es etwas sicherer, nicht unbedingt einfacher, Dreisatzrechnung zum Beispiel durchzuführen. Ich sag mal so, es gibt beispielsweise eine Aufgabe, dass ihr zum Beispiel 55 Minuten lang mit einem Ultraleichtflugzeug unterwegs seid, das irgendwie 17,5 Liter pro Stunde Benzin verbraucht. So, und dann steht da, der Benzinpreis liegt bei 2,48 Euro. Wie viel Geld müsst ihr mindestens einplanen, um die Strecke zurücklegen zu können? Solche Aufgaben existieren tatsächlich. Deswegen ist so ein Taschenrechner sicherlich Gold wert, anstatt das alles irgendwie im Kopf auszurechnen oder tatsächlich irgendwie auf dem Schmierblatt. Deswegen Taschenrechner mitnehmen. Last but not least ist auch noch eine tolle Sache und zwar die ICAO-Karte. Die ICAO-Karte aber nicht als solches, um eine Karte dabei zu haben, denn das ist eigentlich egal. Denn ihr bekommt ja in der Prüfung einen Kartenausschnitt und diesen solltet ihr auch unbedingt verwenden. Denn wenn ihr eine aktuelle Karte benutzt, dann kann das zu falschen Lösungen führen, weil diese Prüfung natürlich schon vor Jahren entwickelt wurde und die Ausschnitte im Prinzip dazu passen. Das heißt, nicht die Karteninhalte dieser aktuellen Karte benutzen, sondern immer den mitgelieferten Ausschnitt der Prüfung. Das ist schon mal ganz wichtig. Aber, was diese Karte so interessant macht, ist die Legende. Also da steht nämlich auch einiges drin. Oder wisst ihr auswendig, woran ihr erkennt, dass ein Flugplatz ein Funkfeuer hat? Nein? Okay, ist ja auch nicht schlimm, aber in dieser Legende ist dieses Symbol zu finden. Und solche Fragen gibt es auch immer nach irgendwelchen Kartensymbolen. Deswegen, das Ding frisst kein Brot, einfach mitbringen. So Leute, das war das kurze und knackige Video zu den sieben Hilfsmitteln für die Theorieprüfung. Und diese sieben Hilfsmittel, die kann ich euch wirklich nur ins Herz legen. Und die solltet ihr in der Prüfung absolut dabei haben. In diesem Sinne wünsche ich euch für eure Theorieprüfung zum UL-Piloten viel Glück und viel Erfolg. Ihr werdet das schon packen, denke ich. Und ja, ich wünsche euch always happy landings. Ich wünsche euch always three greens. Wenn ihr ein Retractable Gear habt, nur dann natürlich ist ja klar, manche haben es, manche nicht. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao mit V. Wunderbar, dann können wir auch direkt loslegen. Wenn ein Blink... Es ist auch immer ein gutes Tool wirklich, um dieses Ding... Ach, mein Gott, Alter. Hier fliegt zum Beispiel Nordkurs, sagen wir mal. Jo, die ist jetzt auch falsch rum, auch geil. So, dann machen wir mal aus hier, wa? Bis zum nächsten Mal.